langweilig es gefällt mir er ist im einkaufszentrum dann los nein wir müssen diesen bastard defalco schnappen kotzt mich schon wieder an dass ich auf sinnlose leute schieß warte mal zumindest neipers neipers geiler ja bitch nix da komm alter du war das musste jetzt muss ich ihn hin und aufstocken warte mal interaktion kannst du eine agd einheit bei station 55 hacken h sätze parameter die bewachung und schuld öffnen öffnen muss drücken so so und weiter geht's wir vertreibungssysteme sind jetzt zur terroristenabwehr bereit die sicherheitssysteme erkennen bewaffnetes personal als feindlich gilt das auch für den feind ohne ausnahme wenigstens nicht nur schlechte nachrichten ach ach fick dich wir müssen weiter wir verlieren boden und und halte sie aus und ich habe ich was ich mache lassen ich muss ich 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 wir haben noch eine bombe gezündet gar nicht wahr die schnauze und schnell nachladen jetzt möchte ich kleinen jungen muss ihn lang lernt zielen du auch gibt es hier eine geilere waffe mitnehmen naja das gut ja 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 ich krieg dich ich krieg dich schnell mal die gun gewechselt wichser wir müssen zurück zu obama wieso ist das mädchen so wichtig für menendez krisis 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 der krisis der krisis krisis MP5, was will ich denn mit, na, ich spiel nicht mit MP5, äh, die war ja geil, ne, so, Aufsätze, langer Lauf, Schaden, gut, Vordergriff, schnelles Magazin, obwohl, ne Magazinerweiterung, wär da schon geil, und, vielleicht nur ein bisschen, ach so, geht nicht mehr, gut, bei der Fall, wär, schnelles Magazin, ach nee, Feiermodus, spielen wir mit Reflex, ja, so, 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 Granate, jajaja, ich will aber nicht, na gut, nehmen wir, nehmen wir mal Standard jetzt mit, und, los geht's, und gleich wird's wieder lecken. Hör zu, Tote leiden nicht mehr, darum sind du und ich noch hier. Du leidest mit mir, er hat einen Plan für dich, Kleiner, er arbeitet daran seit 30 Jahren und zählt darauf, dass du ihn holen kommst. Warte mal, Frank, du weißt etwas? Dieser Anhänger damals, nach deinem Anruf, war er weg. Meinst du, ihm sind Beine gewachsen und er ist weggelaufen? Dieser Kerl, er kennt jeden Schachzug, jeden Schritt, den du machst. Er tötet einfach 20, 30 Millionen. Als würde sie das zurückbringen. Es geht um seine Schwester. Er tötete meinen Vater, damit er dich... Er kennt keine sauberen Schüsse, es muss... Hey! Was ist passiert in Panama? Ich war ziemlich sicher, wir hatten ihn in Nicaragua. Ein Jahr später erscheint er in Panama mit diesem Penner noch Jäger. Das ist zu viel für die CIA. Die Befehle kamen von George H.W. für eine Entführungsaktion. Und dein Dad und ich gingen rein. Was für eine Scheißshow. So. Oh, hat sich Porno aus. Grüß dich. Schön, dich zu sehen, Frank. Dich auch, Alex. Geht nach hinten. Sie ist total sauer. Kommt schon, Frank. Das reicht einfach nicht, Mark. Es reicht nicht. Mach ich. Oh, toll. Und Steves und Bills. Weißt du, wie ich jetzt dastehe? Warum bringen wir diesen Typen nicht einfach um? Ha? Nach dieser Scheiße in Nicaragua. Die höheren Stellen haben genug von ihm. Wollen ihn aber leben. Hm. Das klingt nicht richtig. Okay. Manuel Norjäger. Ab jetzt heißt er Ziel, falscher Profit. Es geht um eine Standard-Schmutzkampagne. Seinen Ruf zerstören und das Risiko von Aufständen in seinem Namen reduzieren. Die Invasion wird die Aufmerksamkeit ablenken, wenn wir mit den Navy Seals reingehen. Dann haben wir wohl alles. Yep. Kommt, ich bringe euch raus. Danke für das Bier mit Neid. Äh, Säufer. Der hat ja so ein Ding schneller leer als ein normaler Mensch. Ich war so frei, mir ein paar deiner alten Falle anzusehen. Mach das. Die ganze Scheiße mit den Zahlen. War das Gehirnwäsche der Sowjets? Wir haben es jedenfalls versucht. Wer Bock hat, ich habe auch noch Black Ops 1 zur Verfügung. Warum abu das Dämonie anzusehen? Registra, Amerika! Verdammt! Nur Kinder mit Neid. Sie sind das nicht. Hm. Du hast recht. Willkommen in Panama, Jungs. Die Mission war gut. Die Planung gut. Der einzige Fehler am Detail war Arzt. Am Funk als Leiter der Nummer. Etwas war komisch. Kommt beim Weg rein. Arztgefühl. Es nackt die ganze Zeit an mir. Hab's noch nicht gesehen. Hudson, hier Mason. Die Bombardierung hat verfrüht angefangen. Willst du uns was sagen? Zehn Sekunden. Hudson, hörst du mich? Keine Antwort. Wir machen weiter wie geplant. Fünf Sekunden. Los, los. Magnite, hier Mason. Wir sind drin. Seal-Team sichern das... Keilu! ...und das Hauptquartier, um falscher Profit an der Flucht zu hindern. Ich überwache alles von Gebäude 12 abseits des Kampfgebietes. Was hat sie den Plan verwarfen? Also mir hat er nichts davon gesagt. Viel Glück, Mason. Magnite Ende. Ausschalten, Watch. Psst. Löchtsignal! Man sagt ja, wenn du dein Problem nicht lösen kannst, löse dich von dem Problem! Nachladen! Hinlegen! Die lag doch hinter der Mauer. Wieso kriege ich... Verstehe ich nicht. Will ich nicht verstehen. Muss ich auch nicht verstehen. Headshot! 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 Na, mein Freund. Oh, du kannst aber mit den Waffen wirklich und endlich viel sprayen, ne? Schöööööön. Mach die Bude auf! Bin ich aber auch mal für. Weitere Unterstützung. Feuer einstellen solange wir das Dach sichern. Beschuss, linke Seite. Stimmt immer noch Probleme mit dem Funk. Komm schon, wir gehen trotzdem. Ich gebe Deckung. Unterstützt vor allem DCs. Dank Team. Yeah. Das Dach ist sauber. Wir kommen jetzt durch das Oberlicht. Komm! Und zack. Und zack. Alter. schön gesprayt Jeeeeeey WOOOOHOOOO Nein, 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 nein. Nein, nein, nein.